Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Agatha Christie, The ABC Murders. Und ja, also wir haben mit dem Mann noch gesprochen, der scheint unschuldig zu sein, der hat ein Alibi, ein wasserdichtes. Und ja, bisher ist jeder unschuldig. Uns fehlt hier irgendwie ein Täter und deswegen müssen wir jetzt hier den Verlauf des Verbrechens rekonstruieren. Und das machen wir einmal. Ähm. Naja, sie hat ja nicht versucht wegzugehen, ne? Ah, das ist doch mit Fortstreiten, ne? Das ist ja gegen den Hinterkopf. Aber es ist ziemlich cool gemacht. So, dann, ja, war auch doof. Mrs. Asher turns around to greater customer. Genau, sie dreht sich ja um, um hier Zigaretten rauszuholen, ne? Richtig. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He sees the opportunity to strike her. Umdrehen oder stellen. Umdrehen. Weil, es lag ja. Everything appears to match the crime scene, Moshe Reistings. Na, geht doch. Hätten wir auch beim ersten Mal hinkriegen können, ne? So, aber wer war der Täter? Irgendein anderer? Muss ja, aber wer? Und welches Motiv? Asher hat ein starkes Alibi und wir haben keinen anderen Suspekt. Aber was war das Ziel dieses Grimes? Sie hat no debts. Sie gave Franz Asher money regularly. Sie wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it. The murderer is insane. Hmm. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien. Let's go back to London. If we hurry, we should catch the 2 past 7 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Well, do you have any idea about the killer's identity? Hmm. The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion, and demand of me a pronouncement a la Charlo Colmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What should we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. So, Brief lesen. Das ist die Zeitung, ne? Ja, das ist die Zeitung. Was meint er denn mit Brief? Jetzt muss ich mal eben ganz kurz den Brief lesen. Welchen Brief denn? War der Postbote gerade da, oder wie? Ach, da. Okay, 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 okay. Ob das eine Nachricht von dem Mörder ist? Dear Mr. Poirot. Well, what do you think? Uh-huh. I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexelon C on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, A, B, C. The next crime will be in Bexel. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. So, Leute, weiter geht's. Ein kurzes Päuschen musste ich eben kurz machen. Tja, dann würde ich sagen, ab zu Scotland Yard. Den neuen Brief mit dem ersten Brief vergleichen. So, Opfer. Wir haben hier sonst keine Verdächtigen mehr. Den neuen Brief mit dem ersten vergleichen. Dear Mr. Poirot. Well, what do you think? We're having a crazy time. Best wishes, A, B, C. So, wo ist denn der andere Brief? Und wieso konnte der den jetzt am Ende drehen? Dear Mr. Poirot. We're having a crazy time. Best wishes, A, B, C. Na, ist hier noch irgendwie was was verdächtig sein kann? Das Papier oder irgendwie was Brief B von A, B, C. Wo ist jetzt der andere Brief genau? Überlegung, aha. Vielleicht müssen wir jetzt die beiden Briefe nebeneinander. Alles klar. Let's examine this more closely. So, auf jeden Fall das I ist ziemlich ausgeleiert, ne? Können wir von ausgehen. Certain Charaktere in the two letters may have similar defects. Zum Beispiel das I. Yes, this I is weird. Das hier und das hier natürlich auch. Yes, this I is weird. Right. Let us compare. So, und hier auch das I. Yes. The I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. So, das A ist auch so ein bisschen schief. Yes. The A. So, das haben wir hier auch. Let us compare. So, blablabla. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Maybe that's W. Das kleine W. Das kleine W ist hier nämlich sehr, 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 sehr schwach. Hmm. The W is not print. Und das haben wir hier nämlich auch. Let us compare this with the other letters. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Both letters were written on the same typewriter. Typewriter. They show the same characteristics. You surprised me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about these cases things. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brand sales to work. Gut. Also. Dann vergleichen wir mal. Was war so besonders am Mord in Andover? Ein Kursbuch. Und das hier, oder? Nee. Ach, vielleicht A für Asha. Ja, ja. Alice Asha. Aha. Das ist ja interessant. Dann wissen wir, nach wem wir schon mal suchen. So, was kann man über das nächste Opfer sagen? B. Bexel. Könnte mit einem B beginnen. Ah, deswegen auch ABC-Mörders. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Jabba will explain there. Alles klar. So, ich gucke eben nochmal ganz kurz. Whitehaven verlassen. Alles klar. Dann gehen wir mal zur Haustür. Und Tschüssi Kofsky. So, Bringservice ist auch schon da. Perfekt. To Scotland Yard, please. Beziehungsweise Taxi. 22. Juli. So, dann reden wir mal mit ihm und dann sagen wir ihm mal, was wir herausgefunden haben. Wir hätten uns hier auch hinsetzen können, sonst. Don't be so impatient, Poirot. You're getting preferential treatment. I've refused all other visits today. Okay, er möchte, dass wir ihn erstmal genau angucken. Tja, Papier, es du bist nur dänder. Überlastet. Viel Krams hier. Der hier rumliegt. Kaffee leer. Okay, der Tee. Wir sind ja hier in England. Telefonhörer. Aktenstapel. Japp appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexilansi. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. 100%. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexil is very busy at this time of year. And we have no idea who the next victim will be. Na ja, einer, der sowohl Vorname als auch Nachname mit B anfängt. Also da kann man doch schon einige ausschließen. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop drawer of the unfortunate woman who was murdered in Andorver last month. When I received the letter mentioned in Bexil, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Yeah. We should need you to work, Chief Inspector. Oh, das ging aber schnell. Das ging aber mal wirklich schnell. Bexil on Sea. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Name hieß. Also auch der Vorname jetzt vor allem, ne? Dass der Nachname mit B anfängt, ist ja klar. Bexil ist eine leitvolle Stadt. Es wäre schön, zurück zu Hause zu besuchen. Ich habe mich nicht ganz klar. Wohinung auf der Flügel verletzt meine Schäuze und es verletzt meine Knochen. Also die Jahre haben dich nicht gebraucht, mein Freund. Es ist das Gleiche für alle von uns. Das ist genau das, was ich mir selbst gesagt habe, als ich dich zurückgezogen habe, von deinen Reisen. Poirot! Bexil nicht zufrieden, diese Dinge. Ich kann Jack warten, für uns. Und aus seinem Gesicht würde ich sagen, dass Dinge nicht gut sehen. So, dann gehen wir mal hier zum Strand. Also kein Laden ist ja schon merkwürdig. So, hoffentlich gehen die Schuhe nicht kaputt. Das wäre natürlich furchtbar. So, eine Frau mit Pleid. Na gut. Wenn es denn sein muss. Das ist denn der 25. Das ist das, was ich nicht zufrieden. Das ist das, was ich nicht zufrieden. Das ist das, was ich nicht zufrieden. Wir haben noch nicht zufrieden, aber es ist eine junge Frau, 20-25 Jahre alt. Die Todeskirche kamen vorhin um 20.30 Uhr und 1.00 Uhr. Und wir haben eine Abenteuferung auf der Flügel. Was sie pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC Guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. So, jetzt aber mal. Also, die hat auf jeden Fall enorme Füße und wurde stranguliert mit dem Seil. Greedet. Gürtel? Gürtel, okay. These marks have been left by a rope or a breded cloth. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. So, das Buch natürlich auf Seite B. So, was haben wir noch? Also, auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Seidenschal, ohne sich gewehrt zu haben und Spuren am Hals. Das war jetzt nicht so schwer. So, und eine nächste Runde. Welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen dem Mordfall in Andover und dem in Bexhill? Ja, Kursbuch. Und der Brief mit der Mordankündigung. Nicht? Zweimal ABC. Okay. So, wurden die Verbrechen von Andover und Bexhill vom selben Täter begangen? Ja, da hatten wir ja die Ankündigung. Ach so, ja, kein Nachahmungstäter, ne? Genau. Sonst, wenn das jetzt an der Presse wäre, dann hätte das ja jeder nicht nachmachen können. So kann man sich sicher sein. So, das Opfer identifizieren, das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Und was ist mit diesem Krebs hier am Wasser falsch? Also, bis dann. Und was ist mit dem Krebs hier am Wasser falsch?